Die Modewelt, ein Hotspot des kreativen Denkens. Aber sind nicht Kinder die kreativsten aller Menschen? Kids in Fashion bietet ihnen die Chance, auf die sie die ganze Zeit gewartet haben, um ihre Fantasie freien Lauf zu setzen. Hallo und herzlich willkommen. Wir stehen gerade vor der WU-Mensa. Der Grund ist, dass heute das Kids in Fashion stattfindet und wir sind mit dabei und begleiten euch ein bisschen durch das Programm. Gerade ist viel los im Backstage. Die Models werden geschminkt und ja, lass reingehen und mal schauen, was so abgeht. Hallo Zeynep. Man kennt dich ja normalerweise von CU Television. Du bist normalerweise immer am Interviewen, was ich gerade mache. Aber heute bist du als Model da. Wie geht's dir? Gerade geht's mir ganz gut. Natürlich ist man ein bisschen aufgeregt, aber ja. Ja, es ist das erste Mal, oder? Ja, es ist das erste Mal, dass ich model. Und wie ist es, mal was anderes zu machen außer Interviews? Schon spannend. Also, dass man ein bisschen anders einen Blick hat von hier. Ja, aber Interviews hat mir auch Spaß gemacht. Und jetzt wollte ich mal ausprobieren, wie es so ist zu modeln. Hallo. Könnt ihr euch kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Manuela, Geschäftsführerin von den Wiener Jugendzentren. Und ich bin die Marina, die Opfer vom Verein Wiener Jugendzentren. Unabhängig von den Regeln, würdet ihr selbst als Model hier mitmachen? Ich weiß nicht, ob ich das so gut könnte. Da müsste ich ein bisschen üben. Das glaube ich auch. Ich finde Modeln, das ist gar nicht so einfach, wie das immer ausschaut, glaube ich. Also, das überlasse ich lieber den Profis hier. Hallo. Könntest du dich kurz vorstellen? Ja, hallo. Ich bin der Leo Oswald und bin der künstlerische Leiter von Kids & Fashion. Cool, freut mich. Und wie bist du auf die Idee gekommen, Kids & Fashion zu veranstalten? Ich habe selber schon bei den Wiener Jugendzentren Zivildienst gemacht und bin viele Jahre dort geblieben als Betreuer. Und habe immer wieder Modeprojekte mit den Jugendlichen und mit den Kids gemacht. Und dann war einfach die Idee, meine Kontakte in der Modeszene mit dieser Arbeit zu verbinden. Und dann habe ich Kids & Fashion gegründet. Und dann war ich die Idee, meine Kontakte in der Mitte. Hallo, wer seid ihr? Ich bin die Laura. Ich bin die Erin. Ich bin die Kathi. Freut mich. Ihr seid heute da, um zu modeln, oder? Ja. Und das ist euer erstes Mal modeln oder habt ihr schon vorher Modelerfahrung gehabt? Ich habe ein paar Mal so ein bisschen Modelerfahrung. Ich eher schauspielerisch, aber modelmäßig ist es meine erste Erfahrung. Bei mir ist es auch das erste Mal. Könnt ihr euch kurz vorstellen? Ja, ich bin Herr Fatih. Ich darf das dieses Jahr zum dritten Mal moderieren und davor war ich wie du von Tinder-Kamera dabei oder als Model auch. Cool. Ich bin die Ronja Rösner und ich moderiere heute zum ersten Mal. Cool. Und wie geht's dir dabei? Aufgeregt, aber ich freue mich auch sehr drauf. Wie findest du bis jetzt die Atmosphäre? Die ist locker, aber man merkt, alle sind nervös. Es wird noch via Make-up und so gemacht. Und ich freue mich schon auf mein Make-up. 1 1 1 1 2 2 3 Freize! Y Balvin, Willy William, ¿Quién gusta? Freize! Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojar la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojar la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Untertitelung des ZDF, 2020